Oma Inge der Geburtstagsmuffel Die Art, wie Oma Inge präsentiert wird, die Witze, die Oma Inge reißt, war zu Anfang sehr, sehr dunkelschwarzer Humor, aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, wurde Inge Nieberts, die man besser als Oma Inge kennt, so schnell berühmt und beliebt. Und unter den Keduma-Fans. 2010 wurde gedreht, aber die Version so an sich, wie ihr sie gleich seht, existierte ab 2008. Noch so kurz zu Inge Nieberts, so ein paar Sachen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Inge Nieberts wurde als Inge Schwarz am 18. Februar 1908 geboren. Und zwar in der schwarzwäldischen Region Titisee-Neustadt. Sie lebte da bis zu ihrem 24. Lebensjahr. Hatte also ihre Kindheit und ihre Jugend, wie auch die ersten Jahre, als Erwachsene verlebt. Zwischen ihrem 21. bis 24. Lebensjahr war sie insgesamt dreimal verheiratet, von dem auch alle drei Ehemänner starben. Leider in nur kürzester Zeit nach der Eheschließung. Die Ehemänner durfte sie sich nicht selbst aussuchen. Das haben damals ihre Eltern übernommen. Und sie war immer sehr, sehr unglücklich. Sie war eine sehr, sehr schöne junge Frau. Nach dem Tod ihres dritten Mannes flüchtete sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Wie sie es genau geschafft hat, ist noch unbekannt. Auf jeden Fall schaffte sie es irgendwie, nach Schmidthorst in Duisburg zu kommen, wo sie seitdem auch lebt. Dort traf sie auch ihren vierten und bislang letzten Mann, Herbert Nieberts, der später unter dem Namen Opa Herbert besser bekannt wurde. Und seitdem ist sie mit ihm verheiratet. Diese Infos über Inge sind brandaktuell. Und nur mit sehr viel Aufwand konnten wir an diese Infos gelangen, weil Oma Inge eigentlich sehr, sehr ungern über ihre Vergangenheit spricht. Wer weiß, was wir in den kommenden Jahren noch so aus ihrer Vergangenheit erfahren werden. Aber soviel sei schon mal gesagt, sie ist eine Frau mit viel Durchhaltevermögen. Und ich denke mal, besonders ihre schwere Vergangenheit hat sie auf einer Seite auch so stark werden lassen. Das war es jetzt von mir aus und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Oma Inge, wie alles begann. Das war es jetzt von mir. Das war es jetzt von mir. Ich denke, heute soll Oma Inge gespielt werden. Ach, da sind sie. Meine Güte, ich habe sie auch kaum gesehen. Naja, so, jetzt sind sie auch da. So, ich bin Bruder Benedikt und ich freue mich Ihnen nun Oma Inge präsentieren zu dürfen. Jedoch muss man dabei sagen, das Stück ist eher ein gewagteres Stück für die älteren Zuschauer. Wie dem auch sei, wünsche ich Ihnen nun viel Spaß. So, ich setz mich mal auch hin. War nämlich schon vorhin hier, damit ich direkt in die erste Reihe komme. Hey, du da vorne. Hey, ja? Oh, Herr Lindbergh, Sie sind auch da? Hey, geh mal da mit deinem Kopf runter. Die anderen können auch was sehen. Ja, ey. Okay, entschuldige. Danke. Guten Tag. Ich bin der Luzi. Wir befinden uns heute im Haus von Inge Niebertz. Die ist jedoch von allen nur unter Oma Inge bekannt. Das dort ist sie übrigens. Ja, die gute Frau, die ist jetzt 99 Jahre alt und was soll ich sagen, morgen feiert sie ihren 100. Geburtstag. Eigentlich will sie den nicht feiern, aber ihre nervige Verwandtschaft und die nervigen Nachbarn haben sie einfach nicht in Ruhe gelassen. Jetzt ist sie mittlerweile wieder seit 6 Monaten zu Hause, da sie vorher im Altenheim war, aber rausgeschmissen wurde, weil sie beinahe einen jungen Pfleger verführt hätte. Ja, und was soll man da noch großartig zu sagen? Ja, jetzt ist sie erstmal mit Backen beschäftigt und muss noch nebenbei auf ihren Enkel, den kleinen Pfleger aufpassen. Wie sich die Sache entwickelt, das sehen wir jetzt. Viel Spaß also bei Oma Inge, der Geburtstagsmutter. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl. Sagt, man macht den Kuchengild, schiebt ihn in den Ofen rein. Backe, backe, Kuchen. Die Oma ist am fluchen. Was? Du lause, Bruch, du. Raus mit dir, raus, 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 raus. Sonst verraue ich dich. Ich werde dir noch zeigen, dass die Oma am Fluchen ist und wie sie fluchen kann. Backe, na, auf noch recht, raus, 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 raus. Mann. Immer die nervige Verwandtschaft. Huch. Ja, wer sind sie denn? Mann, oh Mann, oh Mann. Was wollen sie denn hier? Also, sie sind sicherlich gekommen. Um einige meiner lustigen Geschichten zu hören. Aber ich habe leider keine Zeit für sie. Wissen sie, ich werde morgen 100 Jahre alt. Und da muss ich noch backen. Naja, obwohl der Kuchen ist gerade im Ofen. Also ein paar Minuten Zeit hätte ich für sie. Wenn sie möchten. Ja, aber wo fange ich denn da an? Ach ja, vorige Tage. War ich, ja, gerade vom Einkaufen zurück, als meine Nachbarin kam. Und da sagte sie, Ingelein. Ingelein, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Habe ich gesagt, ich habe doch alles, was ich brauche. Sagt sie. Ingelein. Zeig dir einfach, es muss doch irgendetwas geben. Irgendeinen ersehnlichen Wunsch. Vielleicht irgendetwas, was du dir selbst nie kaufen würdest. Ich sag, was ich mir selbst nicht kaufen würde. Das will ich erst recht von keinem anderen geschenkt bekommen haben. Weil sonst hätte ich es mir erst schon längst gekauft. Und da fragt sie wieder. Und was hättest du dir denn dann längst schon einmal gekauft? Ich sag, ich habe doch alles, was ich brauche. Dann sagt sie. Aber es muss doch irgendetwas geben, Inge. Das ist ein 100. Geburtstag. Irgendetwas. Ich sag, ich will zu meinem Geburtstag doch einfach nur Ruhe und Besinnlichkeit. Sagt sie wieder, Besinnlichkeit, willst du das auf CD oder Kassette? Ich sag, ich habe doch alles, was ich brauche. Weißt du was? Mir reicht es einfach, wenn ihr nur zu Hause bleibt. Allesamt. Dann sagt sie. Dann rufen wir aber wenigstens an. Dann sag ich. Moment. Jetzt weiß ich, was ihr mir schenken könnt. Sagt sie. Ja, was denn, Inge? Was denn? Sagt ich. Eine Zange. Ja, fragt sie. Wieso das denn? Sag ich. Na, dann kann ich endlich mein Telefonkabel kaufen. Weil dann habe ich endlich das, was ich dringend brauche. Endlich Ruhe. Ja, und gestern war ich dann auch noch beim Arzt. Hm. Ja, beim Frauenarzt, ne? Ja, ich meine, ich habe zwar nichts, aber es macht immer wieder Spaß, ne? Wenn so ein Mann bei mir an einem, ähm, ja, genau, guckt, dass ich kein Husten oder sonstige Erkältungen habe, nicht wahr? Ja, und da hat er mich so aufgerufen, ne? Ja, ich dann in das Behandlungszimmer rein, sagt er, Frau Niewertz, dann machen Sie sich mal frei, ne? Ich mich da so frei gemacht, ne? Dass er auf meine schönen Bahama-Amas gucken konnte, ne? Und da hat er mich vermascht. Ja, ich meine, das war ja nicht so schlimm, ne? Da hatte ich ja nichts gegen, ne? Hat ja auch Spaß gemacht, ne? So ein bisschen schniddel die Wuppe und so, ne? Ach, das war mal wieder herrlich. Glauben Sie, da habe ich mich gefühlt wie 89, ne? Ja, das waren noch Zeiten. Aber das Schlimme war, stellen Sie sich mal vor, was da alles hätte passieren können. Ich meine, gut, schwanger kann ich nicht mehr werden, das ist vorbei. Aber stellen Sie sich mal vor, ich, die ganzen Krankheiten, die ich bekommen könnte, wäre schrecklich. Und das Aids, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und dann hat er auch kein Kondom benutzt. Man, oh, man, oh Mann. Also, das ist ganz, ganz schlimm, ist das gewesen. Ja, aber na ja, man muss ja aus jedem Sex was Positives sehen. Und wenn es nur die heiße Dusche danach ist, wenn er fertig ist. Aber was soll's. Ich bin ja, wie schon gesagt, eine Frau mit viel Erfahrung. Ja, ja, ich habe immerhin schon zwei Weltkriege hinter mir. Und insgesamt war ich auch mit drei Männern verheiratet. Ja, das waren noch Zeiten. Der erste, der Wilfried. Tja, der ist an einer Prinzverliftung gestorben. Und der Hans ist auch an einer Prinzverliftung gestorben. Ja. Und der letzte, mein Willi. Tja, was soll ich sagen. Nee. Nee, der hatte keine Prinzverliftung. Genickbruch. Der ist die Treppe runtergefallen. Ja, der wollte einfach meine Pilzsuffe nicht essen. Aber, was soll man machen. Neulich bin ich über einen Wochenmarkt gelaufen und habe da eine Frau gesehen, die ich unbedingt ansprechen musste. Ich sag so, junge Frau. So, naja, ich habe so ein bisschen ein Süßholz geraspelt, ne. Ich sag so, junge Frau, darf ich mal fragen, so unter uns Damen, wie alt sie sind. Hat sie gesagt, 80. Ich sag so, scheiße. Ich sag so zu mir, scheiße, die ist 20 Jahre jünger als du. Ich sag so, gute Frau, wissen Sie, was ich in Ihrem Alter gemacht habe? Ich habe wieder angefangen, Windeln zu tragen. Ich sag so, aber jetzt mal so nebenbei. Ich sag so, haben Sie auch Kinder? Ja, sagt sie, jo, hab ich. Ich sag, darf man denn auch erfahren, wie viel? Sagt sie, jo, acht Stück. Ich sag, acht? Haben Sie auch noch andere Hobbys? Ja. Ich dann nach Hause gegangen, ne. Nach dem schönen Gespräch. Ja, und zwei Tage später ging das Telefon. Tja, in letzter Zeit schrecke ich ja immer so zusammen, wenn das Telefon schellt. Ja, jetzt können Sie sich wohl nicht vorstellen, warum, oder? Also, da muss ich etwas weiter ausholen. Die Sache ist nämlich, die meine Freundin, die Anna, die hatte angerufen, ne. Also, ich, vor zwei Tagen, gehe ans Telefon, war gerade am Blutwurst am Essen, denke an nichts Schlimmes, da klingelt es, ne. Ich denke, naja, hm, wer mag das wohl sein, ne. Ich, den Hörer abgenommen, sagt sie, Inge, hier ist die Anna, gut, dass du dran gehst. Ich stehe hier in der Zelle. Ich sag, Anna, wo stehst du? Ja, in der Zelle. Und nur mit dem Morgenmantel und mit dem Schliff gehst. Ich sag, wie jetzt? Ja, in der Telefonzelle. Ich bin mit dem Katzensand raus und da ist mich die Tür zu. Ich sag, oh. Ja, und jetzt? Ja, der Schlüssel, der steckt von innen. Und ich komm nicht mehr rein. Und die 20 Cent will ich zum Her telefonieren, die hat mich in der Enten her gegeben. Aber der ist jetzt mit dem Bus weiter. Ich denke, ja, schöne Sache. Ich sag so, Anna, ähm, ja, also musst du nicht mich anrufen, sondern den Schlüsseldienst. Sagt sie, ich hab doch jetzt kein Geld mehr. Ich sag, ja gut, dann rufe ich den eben für dich an. Ich den Schlüsseldienst dann also angerufen, war aber nur die Frau dran. Sagt sie, Mann, oh Mann, oh Mann, das muss wieder Vollmond sein. Jetzt in letzter Zeit sperren sich die Leute dauernd wieder aus. Mein Mann kommt kaum nach. Also das kann schon eine Stunde mehr dauern, bis der kommt. Ja, hab ich dann gedacht, hm, da kannst du die Anna ja nicht draußen in der Kette stehen lassen. Die muss ja Bescheid wissen, ne? Ich dann also Taxi geschnappt und zu ihr runter. Hat übrigens 30 Euro gekostet, nur so nebenbei, ne? Ich dir erzählt, was Sache ist. Dann sagt sie, aber hoffentlich kommt der Mann vom Schlüsseldienst auch schnell. Ich glaub, der Herd ist noch an. Ich sag so, oh mein Gott, Anna. Ja, irgendwann kam der Herr vom Schlüsseldienst. Ratsch, macht die Tür auf, kostet 50 Euro. Aber wenigstens war der Herr nicht an. Ja, als der Mann wieder weg war, da sag ich so zu Anna. Anna, sag mal, hast du einen Ersatzschlüssel? Sagt sie, jo, hab ich. Ich sag, wieso? Ich sag, tu den mal bei dich im Garten verstecken tun. Sagt sie, wieso dat dann? Ich sag, wenn dich dat nochmal passiert, dann nimmst du den Ersatzschlüssel und kommst wieder in die Wohnung rein. Sagt sie, jo, dat is ne gute Idee. Ich dann also nach Hause, alles wunderbar, ne? Ja, ja. Einen Tag später geht das Telefon. Jetzt raten sie mal, wer dran war. Richtig, die Anna. Sagt sie, Inge, ich stehe hier in der Zelle. Ich sag, mach mich nicht verrückt. Hast du denn nicht gestern den Schlüssel im Garten versteckt, so wie wir dat abgemacht haben? Ja, sagt sie, hab ich. Ja, und? Und den hab ich zu gut versteckt, den kann ich nicht mehr finden. Den soll ja auch nicht gleich jeder finden. Ich sag, Mann, du musst den Schlüsseldienst anrufen. Ja, aber ich hab doch kein Geld mehr. Also, ich wieder den Schlüsseldienst angerufen und zu ihr runtergefahren, ich mach das mal ein bisschen kürzer, ne? Als der Mann da war, Tür auf, 50 Euro, er ist, er war wieder weg. Ja, ich sagst du zur Anna, sag mal, hast du zufällig noch einen Ersatzschlüssel? Sagt sie, jo, sagt sie, einen hat sie noch. Sag ich, ja, supi. Dann gib denen doch mal der Frau Meier, die über dir wohnt. Die ist doch ganz nett. Nee, sagt sie. Der blöden Kuh? Nee, der geb ich meinen Schlüssel nicht. Sag ich, warum denn nicht? Wo es doch leichter ist als alles andere, ne? Sagt sie, nee. Die tut den irgendwo hin und dann weiß sie, wie der nicht gewohnt hat und dann steh ich da. Ich sag, ja gut, dann gib mir halt den Schlüssel. Ich wohne zwar etwas weiter weg, aber wenigstens ist der Schlüssel dann im Bekanntenkreis. Ja, und was soll ich sagen? Hm. Sie werden mich jetzt vielleicht auslachen, ne? Aber ich such den vermalteren Schlüssel. Und immer, wenn das Telefon geht, zucke ich zusammen. Ganz schlimm ist das in letzter Zeit. Also, ganz, ganz schlimm. Hallo? 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 Sagen Sie mal, hat einer von Ihnen irgendwie ein Handy mit Klopfgeräuschen? Hallo? 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 Das ist bei mir. Hallo? Ja, Moment. Meine alte Frau ist doch kein Dienstuch. Hallo? Ja, nur wer sind Sie denn? Ich dachte schon, das wäre mein vermalteiter Enkel. Äh, nein. Was kann ich denn für Sie tun? Wollen Sie Rosen kaufen? Nein, will ich nicht. So, Tür zu. Immer an die vermalteiten Ausländer. Immer an meine Tür. Die ganzen, das ganze Gesocks da. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es gibt ja auch noch schöne Ereignisse. Ja, ja. Ich gestern Abend, ne, hier gesessen, ich so über Gott und die schöne Welt nachgedacht, auf einmal klopfte da eine Tür. Ich so, na, wer mag das denn jetzt sein? Und noch so spät. Ich also zur Tür. Auf einmal, ne, ich guck so, da steht ein Mann in der Uniform. Ich schrei, Hilfe, nicht schießen. Ich bin eine arme, hilflose Frau. Ich tue nichts. Ich habe immer meine Steuern bezahlt. Glauben Sie, in der ganzen Nachbarschaft haben die Leute schon die Türen aufgemacht. Und da fasst der Mann mich in der Uniform dann auf einmal noch hier am Arm. Glauben Sie, ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Auf einmal sagt er, Tante Inge, was hast du denn? Ich bin's doch, der Karl-Heinz. Boah. Glauben Sie, da war das der Sohn von meiner Schwester. Der ist ja bei der Polizei. Ich sag, Junge, wie kannst du mich denn nur so erschrecken, jetzt, wo das Hausricht nicht geht? Herr, komm rein. Ich bin dann reingelassen. Ich sag so, Junge, ich hätte doch beinahe ein Herzklar was da bekommen. Sagt er, Du, Inge, ich habe da so ein Problem. Ich denke so, ach Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt musst du wieder zahlen. Der Junge ist in Geld nöten. Sagt er, Tante Inge, ich habe da so ein ganz großes Problem. Sagt er, Ja, Junge, erzähl doch, was hast du denn? Ja, sagt er, Tante Inge, ich, ich habe bei einem Quiz mitgemacht. Ich sag, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Junge, Junge, du warst mich noch arm. Ich habe dir doch schon zum Geburtstag 70 Euro geschenkt. Aber okay, wie viel brauchst du denn? Sagt er, Nee, ich, ich brauche nichts. Ich habe sogar was gewonnen. Sagt er, dann sage ich so, Ach Gott, oh Gott, oh Gott, Junge, hast du eine Türkei-Reise gewonnen? Nee, flieg nicht nach der Türkei. Du, da steckst du mehr Geld rein, als du überhaupt geschenkt bekommst für die Reise. Und mal unter uns. So ein schönes Land ist das auch nicht. Das muss nicht sein. Und Deutsch können die da auch nicht sprechen. Ja, sagt er, Nee, das ist es nicht. Ich habe ein Auto gewonnen, ein Ferrari. Ich sage, oh mein Gott, aber Junge, aber Junge, ich sage, Moment, was hast du gewonnen? Einen Ferrari? Aber du hast doch gar keinen Führerschein. Sagt er, ja, genau, deswegen bin ich ja hier. Verstehe ich nicht, sage ich. Kannst du mir das mal ein bisschen deutlicher erklären? Sagt der Tante Inge, du hast doch einen Führerschein. Ich sage, ich sage, ja, ja, und weil du immer für mich da warst, möchte ich dir den Ferrari schenken. Ja, ich sage so, Karl-Heinz, ich glaube, jetzt komme ich doch noch zu meinem Herzkrabassler. Was ich ihm natürlich nicht gesagt habe, dass der Führerschein, den ich habe, noch von Arno Tubach ist. Ja, da war das dritte Reich noch, als der bei mir abgelaufen ist. Aber egal, man muss ja nicht immer alles an die große Glocke hängen. Das Autofahren verlernt man nie. Ja, und seit gestern parkt bei mir hier vor der Tür ein schöner, roter, großer Ferrari. Ja, der kommt immer gut an bei den netten alten Opas aus dem Altenheim. Ja, das ist ein richtiger Männer-Magnet. Obwohl, ein paar Frauen habe ich damit auch schon angezogen. Aber, naja, was soll's. Vorhin war ich dann noch im Einkaufszentrum. Stand ich da vor Nanu na na. Ich dann mal kurz reingegangen. Ich guck mich da so um. Ich sag so, Nanu na na, den Scheiß, hm, kannst du alles nicht gebrauchen. Ich dann raus, weitergegangen, ne, zum Supermarkt, an der Käsetheke. Ich dann so zu der Verkäuferin, na Käsefrau, wieder am Käse verkaufen. Ja, und sagt sie, Na, Frau Henge, wieder am rumgammeln. Ich sag, sagen Sie mal, wo haben Sie eigentlich die leckeren Probierstückchen? Ja, sagt sie, meinen Sie die, die gratis sind, die mit den lustigen Fähnchen drin? Sag ich, jau, genau die. Sagt sie, wir haben sie über die Überwachungskameras kommen sehen, und da haben wir schnell alles weggepackt, was nach umsonst aussieht. Ich sag, was, Sie haben mich kommen gesehen? Oh mein Gott, das ist mir aber peinlich. Und dann auch in meinem Alter. Ich sag, ja gut, dann hätte ich gerne hier von der Sülzwurst, aber von der groben Fettigen. Dann sagt sie, das geht nicht. Ich frag, warum geht das denn nicht? Sagt sie, die grobe Fettige, die hat heute Berufsschule. Naja, okay. Und dann bin ich wieder nach Hause. Da habe ich noch so an meine Kindheit gedacht. Die war schön. Als Kind musste ich ja immer weiße Sachen anziehen, damit ich von den Autos besser gesehen wurde, wenn ich morgens, als es noch dunkel war, nicht überfahren werden konnte. Ja, und so ging ich dann los. Weiße Hose, weißer Pullover, weiße Jacke, alles weiß. Ja, end vom Lied, ich wurde vom Schneesturm überrascht. Hm. Und letztens, letztens kam mein Enkel zu mir und er sagt dir, Oma Inge, sagt er, du, ich war heute mit Mutti im Zoo. Ich sage, ja, schön. Und weiter, du, wir haben dein Tier gesehen, das hatte kurze, schwarze Haare und hat gestunken. Ja, ich sage, und weiter, ja, sagt er, ich würde gern wissen, was das für ein Tier ist. Ich sage, mein Junge, das war kein Tier, das war unser Nachbar. Ja gut, er mich dann komisch angeguckt, aber wieder raus. raus, ne? Mein Fritz, der ist schon einer, ja, der war damals beim, ähm, ja, wie nennt sich das, Kinderparadies, ne? Und er wollte eine Pumuckl-Figur haben, ne? Die war ganz oben im Regal, ne? Und er kam da nicht dran. Ja. Und da kam eine nette Verkäuferin und sagt, Na mein Kleiner, soll ich dir einen runterholen? Sagt er, ne, ich wollte eigentlich nur die Pumuckl-Figur haben. Ne, aber in meiner Kindheit, tja, da gab es schon lustige Sachen. Ja, tut mir leid, ich fall immer wieder zurück in meine Kindheit. Ich war nämlich oft nur zu Hause in der Stube. Meine Mutter hat dann immer gesagt, Ingelein, sitz nicht immer zu Hause rum, geh nach draußen spielen mit den anderen Kindern, mit Anna zum Beispiel. Ich sag, Mutti, möchtest du mit einem Mädchen spielen, was laufend laut, betrügt und unanständige Wörter sagt? Sagt sie, nee, um Gottes Willen, nein. Sag ich, siehst du, Anna auch nicht. Tja. Oh mein Gott, wie spät ist das denn schon wieder? Mann, oh Mann, oh Mann, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, nicht wahr? Also, ich mach es zwar ungern, aber ich würde sie jetzt bitten, jetzt mich allein zu lassen, weil ich weiter am Kuchenbacken bin. Ah, Moment, sie da im Publikum, sie haben aber eine schöne Hose. Ja, ja, ich find sowas toll. Wenn die mal modern wird, dann haben sie die schon. Ja, also find ich ganz toll, find ich ganz toll. Ja, aber jetzt, jetzt muss ich wirklich weitermachen. Haben schließlich morgen meinen hundertsten Geburtstag. Tja, da muss ich noch meine Suppe vorbereiten. Wer weiß, vielleicht enttage ich mir noch die Bikinizone. Mal gucken. Je nachdem, wie mir zugute ist. So, jetzt gehe ich aber erst mal unter die Dusche, denn ich bin wieder na ja, müssen Sie verstehen, der ganze Duft in der Küche, wenn man am Wacken ist. Ne? Also, dann, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ja, so, Junko, man nicht mehr zusammen, ne? Also dann, tschüss. Junko, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.